Das spürt man auch als Athlet, dass es so schnell ist. So, da ist der Manuel Poppinger unterwegs. Ja, auch gut oben. Auch über die 200 Meter Marke für Manuel Poppinger. Auch das ist ihm im Training nicht gelungen. Vom SV Innsbruck Bergissel. Und die Weite 202,5 Meter. Gerd, guck doch mal spaßeshalber, wo der Cut ist. Wer mit welcher Weite jetzt noch warten muss? Ancel Aniszczek ist der Letzte, der sich qualifiziert hat. Also, Lauri Assikainen mit 193,5. Und dann Gregor Deschwanten mit 200 Metern. Allerdings sind die aus unterschiedlichen Stadtgates gefahren. Der eine von neun, der andere von elf.